Mir war es auch nicht immer bewusst, aber wusstest du eigentlich, dass Star Wars und Law of Attraction vieles gemeinsam haben? Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Smile for Your Life. Einfacher, einfacher leben. Dem Podcast rund ums Glücklichsein, Glücklich Leben und Glücklich Werden. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Smile for Your Life. Einfacher, einfacher leben. Danke, dass du heute wieder eingeschaltet hast und heute, wie du schon bemerkt hast, geht es um Law of Attraction und Star Wars. Und da gab das ein Zitat, und Star Wars ist schon in den 70ern gewesen, das hieß, Furcht ist der Weg zur dunklen Seite der Macht. Furcht führt zu Wut, Wut führt zu Hass, Hass führt immer zu Leid. Und mir ist es erst die letzten Tage irgendwann mal wieder bewusst geworden, dass es eigentlich genau den Themen von Law of Attraction entspricht. Worauf du dich konzentrierst, das wird mehr. Und gerade, wir hatten das in einer anderen Folge schon mal mit den Emotionen, mit deinem emotionalen Navigationssystem, deinem Feedback-System, wo du durch die Spirale nach unten gehst und weiter und weiter. Oder du konzentrierst dich auf den Punkt darüber und es wird besser und besser und besser und besser. Denn ich kann beobachten, dass intellektuell, wissensmäßig die Menschen das schon verstehen, wie das funktioniert. Rede über gute Dinge, rede über positive Dinge, lass das Negative weg, sehen allen das Gute. Die sind rein intellektuell in der Lage, die Smile-Philosophie zu verstehen und rein intellektuell anzuwenden. Nur warum machen sie das eigentlich nicht? Und ich glaube zwischendurch, es ist sehr schwierig, dass denen gar nicht mehr klar ist, was ist eigentlich negativ und was ist positiv. Jetzt können sie auch sagen wie, wieso, das ist doch einfach nur eine Tatsache, wenn sie über gewisse Dinge reden. Und ich finde das erschreckend, weil diese Tatsache an sich, und ich finde das dann schön, wenn man das so richtig schwarz und weiß malt. Es gibt viele Graustufen und ja, es fühlt sich super scheiße an, mega scheiße, nur halb scheiße und so weiter, doppelt doof. Und das kann man alles skalieren, aber unterm Strich fühlt sich das entweder gut an oder schlecht an. Und viele Menschen, und vielleicht geht es dir auch so, wenn man so in seinem Trott drin ist, in seinem Alltag, man ist so in seinem Hamsterrad drin und dreht sich im Kreis. Und ein Hamsterrad sieht von innen auch aus wie eine Leiter, habe ich letztens irgendwo gehört. Das fand ich ganz spannend und ganz eine schöne Anekdote, ist denen gar nicht mehr bewusst, was ist gut und was ist schlecht. Weil sie über den Alltag hinweg so viel mit Themen bombardiert werden, aus den Nachrichten, aus dem Umfeld, aus weiß der Geier was, worüber sie mit ihrem Partner reden. Also es werden den ganzen Tag immer nur negative Dinge besprochen, Probleme, 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 anstelle darüber zu reden, wie man es gerne hätte. Es bringt dir gar nichts über den Ist-Zustand, wir können ja nicht wegdiskutieren. Das, was du gerade hast, das, was du gerade erlebst, ist das Ergebnis deiner bisherigen Gedanken, damit du diese Erfahrung gemacht hast. Viele Emotionen, viele Gedanken, oft wiederholt, führt zu einem intensiveren und einer schnelleren Erfahrung. Und wenn ich das nicht mehr haben möchte, dann darf ich über das reden, was ich gerne hätte. Ja, aber Marco, mein Leben ist gerade halt Punkt, 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 Punkt. Es wird gerade alles, alles teurer, Punkt, 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 Punkt. Und, 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 und. Ja, das stimmt. Und was du gerade machst, du verstärkst deine Bestellung. Du verstärkst gerade das Manifestieren in dem, was du nicht mehr haben willst, weil du mehr darüber redest. Also fange an, deinen Geist zu beruhigen. Und wenn du deinen Geist beruhigst und die von euch, die es wirklich mal geschafft haben, zu meditieren, sich hinzusetzen. Und jetzt meine ich nicht eine geführte Meditation, wo ab und an sowas kommt wie einatmen, ausatmen. Sondern wo du ganz stumpf mal auf eine Kerze oder einen Punkt guckst. Und du merkst, wie nach ein paar Sekunden dein Gehirn absolut anfängt, amok zu laufen. Langweilig. Oh, was ist das denn hier? Dieser kleine Brainfucker in deinem Kopf, diese kleine innere Stimme, gibt sofort Vollgas. Und die beste Möglichkeit, diese Stimme ruhig zu bekommen, finde ich persönlich, ist eine Form von Meditation. Ich nehme mir jeden Morgen 10 bis 15 Minuten Zeit. Ich weiß, es gibt Menschen, die empfehlen mehr. Nur habe ich auch ein relativ kompaktes Leben. Ich bin Familienvater, ich mache noch Sport, ich habe diesen Podcast, ich habe einen Vollzeitjob und, 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 und. Ich schaffe es in meinem Alltag am besten morgens. 10 Minuten früh aufstehen, Kopfhör rein, nehmt irgendeine App. Ich kann euch da ein paar in die Show Notes packen, das ist eigentlich völlig egal. Sucht euch aus, nehmt auch immer so ein YouTube, ob ihr nun Headspace nehmt oder Seven Mind oder Calm oder googelt einfach in App Store oder Play Store Meditations App. Gibt auch super geile Gratis-Versionen. Einige von denen werden sogar, glaube ich, über eure Krankenkasse gesponsert. Also, mal durch mal nachgucken. Und den Geist dann mal zur Ruhe zu bringen und zu beobachten, welche Gedanken überhaupt da sind. Hat mich zur Erkenntnis gebracht, mein Gott. Weil das sind nur die Wiederholungen, die wir immer wieder gehört haben, immer wieder gesagt haben. Das macht der Geist dann irgendwann schon mal automatisch. Wir haben schon mal früher besprochen, wie das dann ist. Dinge, die du oft denkst und oft machst, die also viel Rechenkapazität in deinem Gehirn kosten, werden outgesourced, ausgelagert. Und übernimmt das Unterbewusstsein für dich. Nach dem Motto, hey, wenn du das so oft machst, lagern wir das aus, dann ist dein Gehirn wieder frei für andere Themen. Ich erinnere dich an das Thema erste Fahrstunde. Da war der Arbeitsspeicher komplett voll. Da war nichts anderes wie möglich. Spiegelblinker, Schulterblick, Gas geben, Kuppeln, Bremsen gleichzeitig. Anfahren am Berg ist heute immer noch bei einigen Thema. Und heute können wir uns mit dem Beifahrer ganz entspannt unterhalten, zum Musik singen oder was auch immer. Worauf ich eigentlich hinaus wollte ist, dass die meisten Menschen sich gar nicht bewusst sind, dass sie teilweise emotional so abgestumpft mit sich selbst sind, dass sie gar nicht mehr feststellen können, was ist gut und was ist schlecht. Nicht nur mehr die Gedanken, sondern auch das Gefühl in sich. Und wir haben ein wunderbares emotionales Leitsystem mit uns. Du brauchst nicht mal auf die Gedanken achten, die du jeden Tag hast. Oh mein Gott, jetzt habe ich irgendwas gesagt. Ach Mensch, das war ja nicht so toll. Ah, das brauchst du nicht mal. Ich meine, wenn wir irgendwie 60.000 Gedanken am Tag haben, die zu überprüfen, na dann Prost Mahlzeit. Aber zu fühlen, in dich reinzufühlen, in einer ruhigen Minute, wenn du mal nicht hektisch betriebsam bist, ob du meditierst, draußen mal spazieren gehst, ob du gerade Sport gemacht hast, oder irgendwas, was zu sagen, mal dem das Gehirn einmal runterfährt und wieder hochfährt, das gesamte System. Dann mal zu fühlen, wie fühlt sich das gerade an. Und dieses Anfühlen gibt das im Endeffekt nur zwei Themen. Es fühlt sich super an oder es fühlt sich nicht so super an. Entweder doof, doppel doof oder super. Dazwischen gibt es nicht viel. Und dann weißt du, ob du auf dem richtigen Weg bist. Wenn es sich schlecht anfühlt, wenn es dir keine guten Gefühle macht, wenn du darüber nachdenkst, ob du davon mehr haben möchtest und deine Antwort ist, es fühlt sich schlecht an und nein, das möchte ich nicht haben, denn denke nicht mehr darüber nach. Und sprich auch nicht mehr darüber. Lass es. Es ist keinem geholfen, wenn du irgendeine unschöne Geschichte, die du nicht mal selber erlebt hast, sondern vielleicht nur gehört, gelesen hast, anderen Menschen weitererzählst, ihnen diese Bilder in den Kopf tust, diese Filme und sich damit auch schlecht fühlen. Und dazu kommt noch natürlich, dass du dann natürlich relativ schnell ähnliche Erfahrungen wieder machen wirst. Das willst du ja auch nicht haben. Oder doch? Deshalb denke immer, wie fühlst du dich? Und daher finde ich diese Referenz mit Star Wars Krieg der Sterne, also den originalen Teil, den die meisten von uns kennen. Die jüngeren, Episode 1 bis 3, die noch jüngeren und noch älteren, was ist das, 7, 8 und 9. Sie reden immer davon, dass Rache, Wut, Neid, Missgunst, diese ganzen unschönen Gefühle zur dunklen Seite führen. Und das wird da ganz plastisch und ganz schön und ganz anschaulich gemacht, weil die Leute von der dunklen Seite er macht, die sehen jetzt nicht so richtig granatenmäßig gut aus. Die haben immer hier Falten, sehen komisch aus, sind entstellt, sehen aus wie so ein Zombie oder müssen halt durch so einen schwarzen Helm atmen. Die sind halt nicht so richtig attraktiv in meiner Welt. Und der Weg zu deren Seite ist A, Sorge, Angst und Co. Also Sorgen sind da Dinge für mich in der Zukunft, die passieren könnten, wo ich aber nicht weiß, ob sie eintreten. Und je mehr ich natürlich darüber nachdenke und mir Sorgen mache und in diesem Gefühl wirklich bade, diese Bilder vor meinem inneren Auge richtig, richtig groß mache und volle Emotionen. Also wir kennen das, wenn wir träumen und das Gefühl haben, das war total real, dann wird das auch relativ schnell kommen. Also kontrolliere deine Gedanken. Wenn du deine Gedanken nicht kontrollieren kannst, weil du noch nicht so weit bist, kontrolliere deine Gefühle. Wenn du das nicht von aus, von innen her kannst, dir gute Gedanken zu machen. Ich erinnere an die Folge mit Findet Nemo und Dori, wenn dieser kleine innere Kritiker anfängt, wahrlich zu reden oder das Ganze in Zeitlupe abläuft oder wie Speedy Gonzales auf LSD, dann nimmt das dem Ganzen natürlich den Druck und die Emotionen raus. Und wenn du das nicht von innen her kannst, weil du es noch nicht so weit geübt hast, dann mach es von außen. Nimm etwas von extern, was dir gute Laune macht. Nimm dir dein Handy, schau dir die Fotos und Bilder an, die dich glücklich machen. Geh auf YouTube und gib zu nur Katzenwitze eins. Nimm deinen Lieblings-Comedy-Star, hör dir das an. Hör dir deinen Lieblingswitz an. Du kannst auch Folgendes machen. Versteck dich drei Minuten auf Toilette, wenn du echt sauer bist, steck dir einen Bleistift quer in den Mund und bleib da fünf Minuten mal so sitzen. Denn die ganze Emotion, das nennt sich Bio-Feedback, das ist keine Einbahnstraße. Wenn du da den Mund auseinander machst und quasi grinst und lächelst, dann drückt das auf Nervenpunkte und Muskeln werden betätigt und dein Gehirn sagt, hey, der ist ja gut drauf, der lächelt. Hey, Jungs, wir müssen gute Gefühle ausschütten. Schmeiß die Chemie-Maschine an. Dann wird es dir danach besser gehen. Es ist für mich okay, wenn du dich einfach mal ganz kurz in so einen Kacke-Scheiße-Pisse-Misse-Dreck-Moment suhlen möchtest. Das ist okay. Das darfst du auch. Und mit der Gefahr, dass du davon mehr bekommst. Dann lass es einmal, lass es einmal ab, lass es einmal los und dann weiter geht's. Sorg dafür, dass du dich gut fühlst. Es gibt nichts Wichtigeres auf dieser Welt, als sich gut zu fühlen. Warum? Wenn es nicht darum geht, dass du dich glücklich fühlst. Denn sei ein Vorbild. Sei ein Vorbild für deine Familie. Sei ein Vorbild für deine Kinder und andere Menschen. Denn je glücklicher ich bin, je glücklicher du bist, umso glücklicher kannst du andere Menschen machen. Nochmal. Je glücklicher du bist, umso glücklicher kannst du andere Menschen machen. Je mehr Liebe du dir schenkst, umso mehr Liebe kann ich anderen schenken. Wir hatten das schon ganz oft. Es fängt immer bei dir an. Es fängt immer und immer bei dir an. Glück ist das Einzige auf der Welt, das sich verdoppelt, indem man es teilt. Und es gibt nichts Schöneres. Selbst für die Hardcore-Egoisten unter euch. Die sagen, es ist mir latten, wie es anderen geht. Ich will nur, dass es mir gut geht. Die sollten verstehen, dass wenn du dafür sorgst, dass es anderen Menschen gut geht, dass sie bessere Gefühle haben, dass sie sich besser fühlen mit der Zeit nach dir als vor dir, wirst du dich doppelt so gut fühlen. Ja? Selbst für die Egoisten unter euch. Die sagen, die anderen Menschen sind mir egal. Die sollten das daraus ziehen, dass wenn sie es anderen geben, es doppelt zu ihnen zurückkommt. Und ja, ich weiß, jeder von uns hat jetzt jemanden im Kopf, wo er denkt, wie soll ich den glücklich machen? Und ich sage dir eins, und das meine ich wirklich, die Menschen in deinem Arbeitsumfeld, ist es ja am meisten, im persönlichen Umfeld können wir uns ja sehr oft aussuchen, mit wem wir unsere Zeit verbringen. Im Arbeitsumfeld sieht das anders aus. Und die Menschen, die am unliebbarsten sind, die man manchmal wirklich im Klo ertränken möchte, die so ein bisschen garstig und verbittert sind, sind die Menschen, die am meisten Liebe gebrauchen können. Ja, man müsste sie eigentlich angucken und virtuell mit kleinen Kätzchen, wollte ich sagen, mit kleinen Herzchen überschütten. Und die Liebe und Anerkennung, die sie anderen nicht geben, bin ich mir ziemlich sicher, geben sie sich auch nicht. Und das, was du von ihnen hörst, ist nicht mal die Hälfte von den Gedanken, die sie haben. Also überleg dir mal, wie er es in deren Kopf aussehen mag, wie die sich selbst kritisieren, wie die ganze Zeit diese innere Stimme völlig unkontrolliert lostackert, wie die Menschen sich fühlen. Und ich habe unzählige Beweise dafür gefunden, dass Menschen, die über Jahre und Jahrzehnte negativ gedacht haben, missgünstig waren und niemand nirgendwo ein gutes Haar gelassen hat, am Ende sterben sie alleine. Alleine und einsam. Keiner möchte mit ihnen Zeit verbringen. Spürstens werden sie in Rente sind, sofern sie die Rente erreichen. Und danach möchte niemand mit ihnen Zeit verbringen. Und das baut sich bei vielen Menschen wie so eine Welle auf. Und dann bricht die. Und bricht über die zusammen, was natürlich eine Bestätigung dafür ist, was sie davor immer gesagt haben. Es ist alles schlecht, alles blöd, alles kacke, alle sind krank, alles wird teurer, das Leben ist blöd, Partnerschaft ist blöd, Arbeitgeber ist doof, alles doof, alles doof, alles doof, alles doof. Dann wird alles doof. Sogar doppelt doof. Und dann sagen sie, siehste, habe ich dir doch gesagt. Ja. Und es ist nicht mehr mein Job. Und ich sehe es auch nicht mehr als mein Job an. Ich diskutiere mit diesen Menschen nicht mehr. Ich diskutiere mit Menschen nicht mehr, die meine Einstellung nicht verstehen wollen, die verstehen können und meine Welt nicht wahrnehmen, so wie ich sie wahrnehme. Und jeder nimmt ja seine Welt für sich wahr. Wenn die sagen, das ist so, sage ich, ja, stimmt. In deren Welt haben sie recht. In deren Modell von Welt, in deren Glaubenssystem stimmt das zu 100%. Und sie machen dadurch die Erfahrung, die sie machen wollen. Und für mich besteht nur die Herausforderung darin, und die war früher unheimlich groß, sie ihren Weg gehen zu lassen. Die ultimative Freiheit und die ultimative Liebe ist es, dem anderen seine Welt so zu erschaffen, wie er das meint, erschaffen zu müssen. Wenn er meint, das ist so, er, sie meint, das ist so. Und obwohl ich weiß, wo das Ganze hinrennt. Vielleicht nochmal, wenn es ein enger Familienangehöriger ist, ein guter Freund. Kurz mal darauf hinweisen, ich glaube, du beschreitest jetzt einen Pfad, der nicht zielführend für dich ist. Ich glaube, du bist auf einem Weg zur dunklen Seite. Und ich warne dich jetzt, ich gebe dir den Tipp, Furcht ist der Weg zur dunklen Seite der Macht. Furcht führt zu Wut, Wut führt zu Hass und Hass führt zu Leid. Und wenn sie diesen Weg bestreiten wollen, ist das deren Entscheidung und auch die persönliche Freiheit, diesen Weg gehen zu wollen. Dann aber auch mit allen Konsequenzen. Und im Film wissen wir ja, wie das Ganze endet. Nicht so richtig gut. Daher bin ich ein Riesenfreund und davon ist ja auch der gesamte Podcast, sich ein bisschen selbst zu reflektieren, mal so einen Schritt zur Seite zu machen, zu gucken, ist das, wie ich mich verhalte, konform mit dem, was ich im Leben gerne möchte. Welche Perspektive habe ich und welche Perspektive an andere Menschen, was ist an deren Perspektive dran? Solange sie so mit meinen Leitsätzen und Co. konform gehen, ist das für mich völlig in Ordnung. Denn deren Leben ist deren Leben und mein Leben ist mein Leben. Und so langsam kommen wir auch wieder zum Ende dieser Folge. Und diese Folge endet natürlich nicht ohne ein Zitat, ein Leitspruch der Woche. Und diese Woche ist es, die Welt verändert sich nicht durch deine Meinung, nur durch dein Vorbild. Paolo Coelho. Dem gibt es wohl nichts mehr hinzuzufügen, oder? Und bevor wir diese Folge abschließen, sage ich immer wieder Danke. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Vielen Dank, dass du mir zuhörst. Danke für die ganzen Nachrichten, die ich letzte Woche bekommen habe. Es werden immer mehr und immer mehr und ich freue mich riesig darauf. Es kommen auch mehr Bewertungen, immer mehr Sternchen, auch bei Spotify und bei iTunes. und bitte, bitte hör nicht auf. Und falls du noch irgendetwas hast, was du gerne anders beleuchtet haben möchtest, ein Thema, das, Mensch, da müssen wir nochmal, das habe ich nicht richtig verstanden, gerade zum Thema Manifestieren, vielleicht die Smile-Philosophie, schreib mir einfach unter podcast at smile4alive.de oder auf den Social Media Kanälen. Ich freue mich, mit dir in Kontakt zu treten und dann wünsche ich dir eine wundervolle Woche. In diesem Sinne Smile4alive, dein Marco. Vielen, vielen Dank, dass du dir diese Folge angehört hast. Und falls dir diese Folge und natürlich auch dieser Podcast gefällt und du anderen dabei helfen möchtest, dass er auch schneller gefunden wird, dann kannst du das tun, indem du es natürlich an die Leute direkt teilst oder auf Spotify, Apple und Google gehst oder die Plattform, die du gerade hörst, eine Bewertung und ein Daumen nach oben oder ein Sternchen da lässt. Ansonsten freue ich mich, wenn wir uns connecten und du mir vielleicht schreibst unter podcast at smile4alive.de oder besuche mich auf meiner Webseite oder auf Instagram oder Facebook. und du mir vielleicht schreibst, Und du bist du,